Hi Leute! Heute geht es um eine andere Art von Videos, um die Klartext-Videos. Und zwar, ich habe schon mal in einem letzten Video angekündigt, kann ich euch nochmal verlinken, wo ich einfach ein bisschen erzählt habe, was im Moment ansteht in nächster Zeit und im Sommer mit Retreat und so weiter und auch dem Happy-Life-Kurs und anderen Videokursen und dem neuen Detox-Kurs. Und da hat mich auch jemand gefragt mit Patreon, wie das abläuft, weil ich gemeint habe, ich wollte jetzt auf Patreon immer mehr Videos hochladen und deswegen wollte ich es in dem Video einfach nochmal ganz kurz klar erzählen, um was es in den Videos bei Patreon geht. Und dann wisst ihr auch besser Bescheid, wenn ihr euch da anmeldet, was ihr da bekommt. Genau. Und zwar, nochmal zu dem Hintergrund, ich habe einfach festgestellt, dass auf YouTube viele Themen einfach ein bisschen zu tief gehen, weil da Vorwissen fehlt oder oft auch Glaubenssätze da sind bei gewissen Themen. Und deshalb möchte ich nicht alle Themen auf YouTube direkt ansprechen, sondern poste die dann direkt bei Patreon und einfach mal so als kleinen Einblick, was für Themen da zum Beispiel drunter fallen könnten. Ich habe nämlich auch schon einige Videos von dem YouTube-Kanal hier runter genommen bzw. auf nicht mehr öffentlich geschaltet, nicht mehr gelistet. das heißt, die werden keinem mehr vorgeschlagen, wenn er nicht direkt irgendwie auf den Link klickt. Und ja, das waren eben einige Themen wie Impfen, Monatsblutung und also Sachen, die dann auch mit der Ernährung dann ein bisschen tiefer ins Detail gehen, was da passieren kann, was für Veränderungen da antreten. Und da habe ich eben bei vielen Themen noch gesehen, dass da einfach zu viel Anhaftung sind, dass da Leute das dann nicht nachvollziehen können. Und wenn ich es am Anfang direkt auf YouTube hochlade, dann schreckt das eher viele Leute ab, die da noch nicht so tief drinnen sind. Und deswegen möchte ich solche Themen eher später erwähnen. Und dann ist schon eine ganz andere Offenheit einfach da. Zum einen habe ich zum Beispiel schon Videos über Parasiten gemacht. Dann wollte ich nochmal extra über Präparate, über Vitamin B12 und die ganzen Themen, die da immer wieder auftreten, nochmal detailreichere Videos machen, wo ich nochmal mehr, ja, ein bisschen tiefer gehe einfach. Ein paar Beispiele, ein paar Denkanstöße und ja, solche Themen. Genauso werde ich nochmal die Videos, die ich runtergenommen habe bei YouTube, die werde ich dort auch nochmal posten und werde nochmal schauen, ob ich vielleicht noch andere Videos runternehme. Genau. Weil die einfach am Anfang, wie gesagt, es bringt ja auch nichts, wenn man am Anfang irgendjemandem was erzählt, wo dann gleich, nur weil man ein gewisses Thema anspricht, die Offenheit weg ist, weil da zu viele Anhaftungen da sind. Genau. Ja, und deswegen eben nur ganz kurz und knapp. Das erwartet euch eben auf Patreon. Und wenn ihr euch da anmeldet, geht einfach auf die Patreon-Seite. Ihr könnt mich da monatlich unterstützen mit einem Betrag, was auch immer ihr da spenden möchtet. 150, 105 Dollar, egal was. Genau. Tja, und ansonsten bin ich gespannt und freue mich, wenn du auf Patreon dir die Videos anschaust. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.